So, neue Runde, Leute, mit Kati. Hallo. Ich wollte schon sprechen. Was wolltest du? Sprechen. Du sprichst doch gerade. Oh, ich hab gestern übrigens wieder gemalert. Ich kenne die Leute jetzt alle schon, die so genüßig spielen und so. Hast du schon einen Maler-Clan? Nein, nein, also ich rede ja nicht mit denen und so. Ich finde das mal nervig, wenn die andere Sachen machen, die malen zu tun haben. Aber es ist halt auch so witzig, weil teilweise sind die auch echt voll gut im Malen, ne? Und dann malen die so mega die schönen Bilder und so. Und dann kommt die schon mit einem komischen Strichmännchen. Meistens erraten die, was ich male. Aber trotzdem ist das schon echt richtig witzig und talentiert, ich bin. Ich hatte Haltstuch, war ja wohl mega einfach. Aber ich hab so einen lustigen, mega langen Giraffenhals gemalt und so einen Eierkopf. Richtig witzig. Oh, Mann. So, jetzt müsste der Set dort eigentlich schaffen, da. Macht der Smideless oder was? Na, ich krieg das Ding ja top, ne? Hätten wir uns einigen sollen, auf den wir gehen. Ich bin nicht Bot, nur denk dran. Ja, ich weiß. Ich rede ja auch nicht mit dir, sondern mit dem... Achso, du sprichst mit dem Random. Ja. Den haben die? Oh, die haben den Lee. Na, der kommt da bestimmt gleich hier hoch. Könnte ich mich doch schon wieder vom Acker machen. Die machen hier mega den Stress, ey. Und warum haben denn die und wir beide hier auch so ein Leben mit? Wie sind wir denn? Krösus? Krösus? Also, wir haben noch nicht so viel Spaß. Und die Nami ist auf jeden Fall super. Und nicht nur, weil Nami ein super Champion ist, sondern einfach, weil sie auch gut spielt. Ja. Nami und Vayne ist auch das Traum. Ja, das ist, also, ne? Das kann ich jetzt mit meinem fachmännischen Auge erkennen, dass das jemand, der öfter supportet. Die spielt. Was soll dat denn, Singlet? Singlet kommt auf mich zugerannt mit Ghost und schmeißt seine Pfütze. Was soll dat? Macht ja überhaupt keinen Sinn, ey. Was ist ein Gank oder so? Was denn, ey? Voll Panne war dat echt, ey. Das sah richtig lustig aus, ey. Irgendwie ist der dicke Push, ey. Ich weiß gar nicht, warum meine Lane so hart gepusht ist, ey. Eigentlich gar nichts gemacht, ey. Das ärgert mich ja so ein bisschen, dass wir gegen einen afranen Supporter wieder spielen. Ja, der Lee war oben. Aber dat war mir schon fast klar. Ich denke, die Nami war auf K. Okay. Also eigentlich hätten wir die Van gekillt und dann hat uns das beide so überrascht, als nah haben wir gestanden und haben die gekillt. Aber die Van wäre eigentlich tot gewesen, also war das schon fair. Ja, die war auch weg. Oh Mann, ey. Ja, die war auch weg, okay. Also das ist natürlich Pech. Aber das kann man noch nie wissen, ne? Ich sag mal, wäre auch dumm, dat nicht auszunutzen, ne? Ja, kann man ja nicht riechen, dat die... Ja, kann man ja eh nicht riechen. Vor allen Dingen hat die auch das Target gewechselt. Also weißt du, die hat erst auf MF geschossen, dann auf mich. Ich meine, das scheint auch automatisch zu gehen, aber, ne? Die hat auch volles Leben und die MF war super low, also... Ich hätte mir auch noch überlegt, da zu bleiben. Oh nein, wir haben die Wurst-Ari-EU, hast du gehört. Und jetzt geht meine... Was habt ihr? Die Anivia findet, dass wir die Wurst-Ari-EU haben. Ich hab irgendwas anderes gehört. Vor allen Dingen, dat find ich immer so geil. Only get AFK-Kills. Die hat einen Kill gemacht. Top SS. Ich werde jetzt auch mal backgehen, ne? Also der Vayne tun wir schon ganz gute Wehe. Die ist schon wieder gerade eben so rausgerollt. Okay, ja, das ist doch cool. MF ist auch sowieso geil. Am Anfang schon, find ich. Schon mal zwei Wurz direkt, ey. Der Singlet hat auch schon... Oh, nicht viel. Aber der hat auch Wurz. Naja. Find ich jetzt auch, muss ich sagen, die Klinge der Habge jetzt besser. Hat für jede Tötung auch nochmal zwei Gold, Chris. Ist echt cool gemacht. Na, stirb. Singlet. Jey! Ja, als ich auf jeden Fall das erste Mal mit dir gespielt habe, warst du nicht auf der AD-Lane mit mir gespielt. Nö, das stimmt, das kann sein. Du hast zugeguckt, wie das unten gelaufen ist und dann hast du dir gedacht, du probierst das mal mit mir aus. So war das. Meinst du, so war das, ja? So kackendreist war ich. Ich habe jetzt übrigens Ulti, ne? Also wenn irgendwas sein sollte, falls ich das mal nicht sehe, einfach ping. Oder ich schreie einfach laut, das ist gar nicht viel besser. Ja, kannst du auch machen. Haha, guck mir das an, wie die Vein frisst. Wie die leider dich gehealt hat. Oh, lol. Krösus, aber... Au, ich hätte... Die ist nicht wegge... Ja, ich habe gesehen, aber die ist weggekommen. Sie hat sich noch gehealt mit dem... Die kommt die ganze Zeit so mega low weg. Die macht's aber auch Damage, ey, wenn ich das sehe. Also die MF macht gar nicht so viel Schaden. Ja, doch, die MF hat bis eben den Schaden gemacht. Das war, weil ich mein Ulti gerade habe. Ich bin 36 geworden und hatte... Ja, ja, das meine ich ja. Ja, die macht's am Anfang, wenn wir noch nicht wegfahren und so, macht die halt ein bisschen Schaden, klar. SS top. Sitarik. Sagt mir doch, dass wir weggehen. MF, wäre doch viel mehr da. Der Singlet hat sich eine Stoffrüstung gekauft. Ja, ich habe gesagt, SS. Ich weiß nicht, was der Singlet da immer versucht, ey. Das ist irgendwie... Der hat sich draufgegoostet. Nee, der ist auf mich zugerannt einfach wieder. Aber er hatte volles Life, ich hatte volles Life. Er hat jetzt nur nicht mehr viel Life. Das ist ja gleich wie eben, wenn ich auch irgendein mal mit hab. Nee. Oh Gott. Also lang... Sobald ich mein... Jetzt habe ich mein Statics, jetzt mache ich den sowieso platt. Jetzt mache ich den eh kalt. Das ist so ein geiles Item für Gangplank, ich weiß nicht, ey. Ich finde das so Hammer, das Item. Das kann ich dir doch nicht mal sehen. Lass, lass, lass. Bot. Back. Ja, ich sehe es. Ich habe es gesehen. Ich habe auch gepinkt. Oh. Ist ja alles gut. Zum Glück sind die anderen Idioten. Die Vayne und die Nami. Werden die jetzt reingerusht? Nein. Die MF hat es anscheinend nicht gesehen. Die MF hat es anscheinend nicht gesehen. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. So, jetzt mache ich den kaputt. So, jetzt mache ich den kaputt. wir nicht nur dmf aber die kann auch nicht mehr gucken ist ganz witzig nicht gesehen hat ja stimmt ja den lia auch nicht gesehen und das war eigentlich schon sehr ich habe ja nur job geschrieben voll nicht blamiert hallo wenn arie den kill kriegt er kann die denn abgestaut sie braucht ihren tower ok singelt was ist los mit dir kunde nein singelt warum bist du denn so mädt zu mir warum bist du denn so musst du mich denn immer jagen der singelt muss immer hinter mir herren ist voll der aggoboy ich habe nur noch 20 sekunden lang geworrt ich glaube die vendetta von den feinden die gerade hier unten gehabt haben war noch nicht erfüllend und die kommen weit noch mal wieder so singt war dann mit special trick also die mf hat dann noch nie gegen den namen gespielt sie läuft immer so doof für das wie ran dass sie das über wehen heilen kann und noch weiterspringen ich muss mal back oben ja macht der damage weiterhin drauf steht die arie noch war war ganz knapp es ist top top es ist top ja bis jetzt sieht es ja ganz gut aus oder ja astrein naja also auch wenn er seit noch nie top war aber ich kriege ja den singelt irgendwie alleine hin hätte ich nicht gedacht also ich dachte gerade singelt macht mich kaputt aber das ist ja irgendwie nicht so haben wir sehen ich will es jetzt nicht und blitzcrank oder eine nami vielleicht oder eine jana der keks er ist so lustig wenn er kaputt geht fällt er hin nein 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 haben sie mich mit zwei mann gedeicht die kleinen säcke stirbsinget jawoll der sitz alter der läuft natürlich gibt er bei der noch kapiert der typ schade aber ich habe eigentlich noch gut gemacht oben am turm ich hätte am turm bleiben sollen aber da war einfach zu lecker aus wie der ließen nur noch zehn prozent live hatte da musst du die golems kann man die eigentlich als support noch machen naja kann man aber ich mache sie nicht für mich ich mache die für meine mf weil die farben braucht und wir keinen finden hier überall ja da war schon viel gefahren der 125 ja heftig ja aber die hat sich umgeschaut wo sie fahren kann und konnten nicht mehr nach ganz oben liest wo uns lane ist naja wir haben keine wards mehr weil die eine pink ward ich wundere mich nur wo meine ward weg gemacht ist wird auf jeden fall gut gefahren da habe ich die golems gesucht für meine mf machen sie auch mega kaputt hier ich habe keine wards warum hast du keine wards der support haben der support weil die eine pink ward haben ich hatte mehr wards ich bin extra weggeportet und habe gesagt ich brauche wards dann habe ich immer wieder dasselbe mit der katie unglaublich dreist ich mache mir auch zu viel schaden selber ich bin ja ich noob bottom geht ab oder was ich bin extra 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 warum kommt ihr denn weg man leute sind wir ein team oder was oder wollen wir die anderen gewinnen lassen denn ja mein mein meine kanonenschutz also mein kanonensperrfeuer hat eingefistet aber die lebt noch ne li ist tot der set hat ihn gefinisht nein singelt was ist denn los mit dir warum bist du denn so mad auf mich nein singelt ich ziehe nochmal in den tower einfach weil ich es nicht oh nein ja singelt gestern habe ich übrigens ein game gehabt das war das wo ich glaube ich am ende 2011 war oder so da hatte ich mega spaß weil ich habe am anfang die kills bekommen und es war noch meine mit ludo war das glaube ich und dann habe ich mir bei minute 17 konnte ich mir sieges und so schon kaufen das war ziemlich cool ach fuck ey boah der gift ist aber auch ne range ey ach fuck jetzt habe ich vergessen ein word item zu kaufen und dann macht ihr den drachen ohne was zu sagen und dann die blöden randoms mal wieder und dann hätte ich mir was anderes kaufen können ja böse böse diese randoms ne ja echt ne der support passt gerade nicht auf machen wir einfach mal schnell halbisch den drachen damit er sich ärgert ja was für arschlöcher ne unglaublich dreist diese kinas ach ich hole mir mal ich hole mir mal ein trinity force geh mal kurz zu deiner lane nein unmöglich das darf ich nicht zulassen ich boxe den singt jetzt mit meinem hammer ja der singt ist auch irgendwie so gar nicht cool der will nicht mit mir boxen der hat sich auch nur äh rüstungsitems gebaut hihihi weg ist dein farm nur rüstungsitems gebaut und trotzdem kann er nix ey du hast mein farm weg gemacht du arsch ja die drei vier dinger die hier haben nein das ist schlimm nein das ist schlimm ja das kann ich nicht dulden sowas ich kann sich leider nach dem game reporten tut mir leid das darf ja hier nicht zur gewohnheit werden ne soweit boah in der mitte sind schon beide türme weg ey du scheiße ich finde die dreier boots jetzt wieder richtig cool halt jetzt auch die effektivität von slows weg machen ey das ist echt cool lol lol die mf killt einfach mal die wehen ja deswegen kann ich die auch alleine lassen und gerade rumlaufen und überall für andere Leute warden und den pool machen und so weil die einfach voll super ist ich geh mal top top vielleicht hätte ich die mf nach dem spiel das ist ja scheinbar jemand der deutsch ist fällt mir wirklich sehr gut es hat ja sonst niemanden der regelmäßig die kill spielen möchte ja so jetzt muss ich aufpassen weil ich darf mir nicht immer schönes kaufen sondern ich muss doch support und wort setzen und wort setzen not with me jetzt ist vorbei ja das war's mal wieder für heute mit lol wir hoffen euch hat's gefallen und sagen bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss